Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, da kommt schon der Nächste und hier linker Hand von mir. Ebenfalls ein weiterer, es ist nur noch absurd, was heute los ist. Der sollte jeden Moment aus den Wolken herauskommen. Alles an diesem 5. April. Na ja, was sprühen sie? Beruhigungsmittel, weil sie Angst vor der Sonnenfinsternis haben. Es muss irgendeine Bewandtnis haben, warum sie in den letzten Tagen sprühen, als ob es kein Morgen gäbe. Das fällt auch mir auf. Bitte, hier sind wieder drei unterwegs. Schau dir das an. Nochmal drei. Ist ja ein Wahnsinn, was heute los ist. Das hier wäre die Nummer drei. Ich hoffe, er stellt scharf. Danke. Und hier ein ganz massiver noch. Das ist der stärkste bis heute. Es ist ja irre, was die raushauen heute. Das ist völlig absurd. Naja. Ich werde noch warten. Aha. Da kommt schon der Nächste. Das darf in das Wasser sein. Da hinter dem Baum. Und hier sehen wir noch einen, oder? Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte, aber hier hinter dem Baum kommt noch einer vor. Ah, wusch. Das ist gigantisch. Leute, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Das ist absoluter Irrsinn, was hier läuft. Ich warte noch einen Moment, dass dieser Massive hier aus den Wolken herauskommt. Aber ich habe ihn aus den Augen verloren. Da sehe ich einen, aber der ist versetzt. Der da, das ist nicht dieser hier. Ich schaue immer, dass ich sie ein bisschen näher rankommen lasse, dass ich auf der Unterseite vielleicht irgendeine Kennung erkenne. Also, woher die kommen. Aber der ist noch zu weit weg. Der ist noch zu weit weg. Hier oben taucht jetzt einer auf. Aha. Der ist extrem schnell. Ja, wo ist dieser massive Sprüher geblieben? Ist er das? Das könnte er sein. Genau. Den lassen wir noch ein bisschen hineinfliegen. Entschuldigung, wenn das Video ein bisschen länger dauert. Aber es dauert halt. Bis wir deren Unterseite halt erkennen können. Und jetzt schwenke ich auf den hier rechts rüber. Ja, absurd, was hier abläuft. Wir sehen hier eins, zwei, drei. Das ist einer. Hier ist der zweite. Und hier ist der dritte. Und hier sehen wir auch drei. Und alle fliegen fächerförmig von Schwächert weg. Und da hinten ist noch einer. Hier links. Und das da könnte, ist das... Könnte es auch ein... Na, das ist der alte, ein alter Streifen. Aber das ist Wahnsinn. So, jetzt holen wir uns den da. Der ist genau in richtiger Position jetzt. Er müsste jetzt nur scharf stellen. Jetzt haben wir keinerlei Zeichnung. Nur weiß. Ein weißes Flugzeug. So, dann schauen wir uns den an. Da kann man auch nichts erkennen. Und da kann man... Na gut, in de... Ja, leider wieder ein Irrsinnstag heute. Maier. Ja, da kann man auch... 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 Vielen Dank.